Oh, ich wurde geblitzt! Also ich rede am Anfang des Videos noch, dass eine Grom echt brutal fresh ist und da steht sie jetzt einfach. Da steht einfach ein Ferrari. Und da ist die Wiesn. Und da steht immer noch dieser Ferrari. Hallo und... Ne, da fahre ich nicht hin. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es blendend. Ja, was machen wir? Ich komme von der Arbeit, habe jetzt ein, zwei Stunden Zeit, dachte mir, ich nehme ein Video auf und dann muss ich wieder arbeiten gehen. Jo, wie krass sieht das hier bitte aus, Mann. Es ist ja, ich glaube, das Olympiadorf müsste das hier sein. Aber das sah ja mal anders heftig aus, diese Tribüne oder was das ist. Mein Chef hat mich gerade gefragt, ob ich Wheelies kann. Ich glaube, ich kriege ein Wheelie jetzt hin. Ich habe keine Schutzkleidung an. Das ist eigentlich eine sehr dumme Idee, oder? Vor allem, Digga, bei 60 macht die gar nichts, Digga. Oh, ich wurde geblitzt. Brodi, was ist das, Mann? Digga, ich bin laut Tacho halt nicht mal sehr viel schneller gefahren als 50. Boah, ist das ätzend. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob der auch von hinten blitzt, Mann. Digga, also entweder der Tacho geht da nicht richtig oder das sind mal die empfindlichsten Blitzer der Welt. Oder der hinter mir wurde geblitzt. Boah, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es hat mich erwischt. Ist das eine Grom? Nee. Digga, ich habe letztens eine auf einer Grom gesehen. Das ist schon mal so ein freshes Bike, Jungs. Also, Bruder. Meine Nichte ist vielleicht nicht mal einen Meter groß und die passt da drauf. Und wenn du da einen ausgewachsenen Typen drauf siehst, Junge, wie auf diesem gefühlt Pocket-Bike rumfährt in der Stadt. Und es ist halt alles zugelassen. Das wäre schon fresh, aber die ist halt heftig teuer, Mann. Das ist nur eine 125er und sie kostet viel zu viel für eine 125er. Beste, Mann. Bruder, das ist niemals eingetragen. Ja, Bruder, jetzt wird der BMW rüber, weil... Ja, genau. Mensch, Taxi. Ist keine so gute Idee auf einem anderen Fahrrad. Scheiß drauf, Digga. Ich lasse einfach. Ja, Brudi, 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 Schwestis. Alles dazwischen. Was machen wir jetzt noch, Mann? Das war einem Tesla ausweichen. Was machen wir jetzt? Boah, vorne ist endlich auf. Gott sei Dank, Digga. Es war immer so ein Krampf, da rechts entlang zu fahren. Oh mein Gott, jetzt wird eigentlich einer rechts abbiegen. Brudi, du konntest die letzten zwei Monate rechts abbiegen. Da ist die Grom. Also, ich rede am Anfang des Videos noch, dass eine Grom echt brutal fresh ist und da steht sie jetzt einfach. Einfach Paid Actor da vorne. Der Typ wurde einfach von mir bezahlt, dass er genau jetzt da fahren muss. Let's be on or day. Was für ein Prachtexemplar von Bike. Boah, die sieht halt echt anders fresh aus, sag ich euch, wie es ist, Mann. Oh, da vorne ist ein Beiwagen. Holy ****, was sieht man heute alles in der Stadt? Wohin fahre ich jetzt hin? Das ist geil. Two-Wheel-Drive. Das ist so eine Ural, Digga. Sind die nicht so ultra, jetzt no front? Aber waren die nicht ultra schlecht oder so? Oder ultra gut? Eins von beiden. Ich fahre jetzt hier links und wo fahre ich dann? Fahr mal der Riesenwiesel entlang, Digga. Die bauen gerade die Wiesen auf. Boah, Wiesen wird auch geil, Junge. Die ganzen Besoffenen nach zwei Jahren wieder zu sehen. Ah, schöne Zeiten hier, Digga. Bro, das KVR ist ja mal anders fresh geworden. Aber nachdem da auch fünf Jahre in der Baustelle war, erwartet man es auch nicht anders. Boah, Bro, die sind aber weit. Die waren davor nicht so weit. Hier rechts rein und dann schauen wir uns das an. Also so nah kommt man nicht nochmal. Sobald dann Ende September, Anfang Oktober ist, Bro, du kommst nicht mal in die Nähe vom Hauptbahnhof mit dem Auto. Aber das ist alles abgesperrt mit einem Bauzaun. Und ja, okay, ist ja auch klar, Digga, dass sie da Manipulation irgendwie verhindern wollen. Aber das ist schon krass zu sehen. Ja, ansonsten halt Festzelte, Bier, 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 Jungs. Alkoholikerversammlung, sein Urgroßvater. Ich glaube, Preise sind aktuell 13 Euro für eine Masse. Was halt komplett geisteskrank ist, Jungs. Für einen Zehner kriegst du einen Kasten Ötty. Äh, ja, hier rechts fahre ich rein. Äh, äh. Äh, wo darf ich? Äh, hier darf ich rein. Ah, nee, wobei, drauf geht. Ich fahre wieder zurück. Ja, ansonsten halt, wie ist denn, ne? Solange aufgebaut wird, ist halt ein bisschen langweilig. Weil, ist halt eine Baustelle. Aber das ist krass, wie schnell es aus dem Boden gestampft wird. Da steht einfach ein Ferrari. Und da ist die Wiesn. Und da steht immer noch dieser Ferrari. Aber Preise sind halt, Bruni. Also entweder eine Masse auf ein Bier. Oder du lässt dich mit dem Kasten Öttinger zulaufen. Ah, wir müssen einmal noch ganz, ganz, ganz kurz Augen küssen gehen. Ah, oder kommen wir da vorbei? Ich weiß nicht, Digga. Eigentlich müssten wir da vorbeifahren, weil ansonsten wäre das echt unsozial. Irgendwo da vorne müsste es sein. Das heilige Gebäude. Glaub ich hier? Ja, da oben. Geküsst seist du, Abdallah. Geküsst seien deine Augen, mein Freund. So, das war der einzige Grund, warum wir jetzt einen Umweg fahren. Bro, was geht bei euch da ab? Warte, das Bike ist so schmutzig. Das ist nicht normal, Mann. Ja, YouTube, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann wisst ihr auch, was ihr zu tun habt. Das ist aber keine Tram. Daumen hoch, Abo, bla bla bla. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla. Ja. Ja.